Temperaturregler gibt es sowohl als analoge wie auch als digitale Regler. Wie unterscheiden sie sich? Das erfährst du hier und jetzt in diesem Video. Ein analoger Regler ist mit klassischer Analog-Elektronik aufgebaut, ohne Mikroprozessor. Die Regeldifferenz, also die Soll-Ist-Abweichung, wird als analoges stetiges Signal verarbeitet. Auch die Stellgröße wird vom Regler analog ausgegeben und betätigt das ebenfalls analoge Stellgrit, also zum Beispiel ein Mischventil. Analoge Temperaturregler sind jedoch nicht sehr flexibel einsetzbar und werden mehr und mehr durch digitale Temperaturregler ersetzt. Was kennzeichnet nun einen digitalen Temperaturregler? Der digitale Temperaturregler hat ein digitales Herz mit analogen Ein- und Ausgängen. In seinem Inneren arbeitet eine Mikroprozessorelektronik. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein Mikroprozessor benötigt viel weniger Platz. Dadurch lassen sich zum Beispiel eine Vielzahl von Reglern auf kleinstem Raum unterbringen. Außerdem lässt sich das Regelverhalten beim Digitalregler sehr leicht an die Gegebenheiten anpassen, ohne dass eine Schaltung geändert werden muss, wie das beim analogen Regler der Fall wäre. Durch vielfältige Programmier- und Parametriermöglichkeiten sind digitale Regler sehr flexibel einsetzbar. Damit die analogen Eingangsgrößen digital verarbeitet werden können, sind im Temperaturregler Analog-Digital-Wandler integriert. Aber auch am Ausgang muss das Signal wiedergewandelt werden, denn in aller Regel erwartet das Stellglied ein analoges Signal. Diese Funktion übernehmen dann wiederum Digital-Analog-Wandler, die ebenfalls im Regler integriert sind. In seiner Funktion gleicht der digitale Temperaturregler also schon dem analogen Temperaturregler, bietet jedoch durch sein digitales Herz weit mehr Anpassungsmöglichkeiten. Wichtig zu wissen, Analogregler werden direkt als elektronische Schaltung umgesetzt. Sie benötigen keine Signalwandler und haben auch keinen Rechenkern, wie schon gesagt. Sie sind deshalb prinzipbedingt auch schneller als digitale Regler, bei denen die Signalwandlung und der Berechnungsvorgang jeweils ein bisschen Zeit benötigen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und teile es fleißig. Klick auf unser Logo, um unseren Kanal zu abonnieren und auf die Videoeinblendung für mehr Videos von den Temperaturprofis. Außerdem wirf einen Blick auf unseren Blog. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.